Mein Name ist Günter Birnstingl, ich bin Managing Director von 7Senders Österreich. Mit unserem Büro in Wien unterstützen wir österreichische Händler auf ihrem Weg in den internationalen Konsumentenmarkt. 7Senders ist die führende Plattform, wenn es um E-Commerce-Paketversendungen innerhalb Europas geht. Das Unternehmen wurde 2015 in Berlin gegründet und ist die Plattform, welches allen Händlern, allen E-Commerce-Teilnehmern die Möglichkeit bietet, mit einer One-Stop-Solution ihre Paketversendungen abzuwickeln. Unsere Plattform bietet eine einzigartige Plug-and-Play-Landschaft. Wir haben die Möglichkeit, unseren Kunden einheitliches Track-and-Trace, sehr gute analytische Daten, Management-Informationen bereitzustellen und dies mit einem sehr, sehr einfachen und innovativen Lösungskonzept. Meine Rolle als Managing Director Österreich für 7Senders ist es einfach hier, dem österreichischen Kunden den Weg nach Europa zu erleichtern. In den letzten 30 Jahren und speziell in den letzten 10 Jahren habe ich mich intensiv in meinen vorhergehenden Rollen mit dem internationalen Paketversand auseinandergesetzt und bin dabei auf das Unternehmen 7Senders gestoßen, das einzigartige Lösungen anbieten kann auf höchstem technischen Niveau und letztlich aber trotzdem sehr einfach auch für den Kunden greifbare Vorteile bringt. Das ist der Grund, warum mich dieses Unternehmen so begeistert. Der ideale Kunde von 7Senders ist ein Unternehmen, das bereits international etabliert ist, Cross-Border-Pakete heute schon tätig oder aber genau auf dem Weg dorthin ist, sei es durch die Pandemie, sei es durch andere Entwicklungen diesen Weg gehen will. Erfahrungsgemäß macht die Plattform 7Senders bereits mehr wert, wenn der Kunde mehr als 20.000 Pakete pro Jahr zu versenden hat. Wir von 7Senders würden uns sehr freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Treten Sie mit uns in Kontakt, besuchen Sie unsere Homepage, besuchen Sie mein persönliches Profil. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und wir werden für Ihre Anforderungen eine Lösung erarbeiten. Wie funktioniert das? Wer bei Ihnen ist es für wichtig.